Hey, ich treffe mich jetzt mit Jelena. Wir fahren in die Stadt und sind dann da ein bisschen einfach essen, irgendwas oder so. Und ja, sie übernachtet dann noch bei mir und dann wird gerockt. Nee, aber ich muss jetzt auch losgehen, weil wir haben 13.09 Uhr, erkennt man nicht, egal. Und ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay.